Für mehr Lebensqualität, die Villa Gaza, euer vermagter Wohnungen hier. Mein Name ist Markus Gerber. Das Wohnzimmer mit 42 m² grossen Schmine, die ganze Wohnung mit der Banu und Olufsen Musikanlage ausgestattet. Eine sehr ruhige Wohnlage und von der Terrasse aus gesehen wird auf der See. Da ist jeder Tag ein Erlebnis, wenn die Schmine brennt, wunderbare Musik läuft und jeder Alltag hinten nach Kötla sein kann. Ein 4,5 Zimmer, Dachwohnung, Estrich, eigene Wäschküche, Pastelraum und das direkt neben der eigenen Garage. Ihr habt Fragen oder Wünsche zu Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Christoph Gakult 2. 1. 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020